Wow, nein, da ist nur einer. Gibt's ja wohl nicht. Hoffentlich ist da was drin. Ein Schlafgemacher, achso. Das sieht so scheiße aus. Ah, hier ist es. Aber irgendwie kann ich das nicht wegkommen. Tja... Und das klaue ich alles. Das hat er nicht verdient. Achso, wenn ich seine Hühnerkopf bekomme. Da ist ein Böder. Und nur dann. Da ist es. Oh, da bin ich weg. Ich schmecke hier erstmal. Ah, ich weiss, wo ich bin. Achso. Ah, wo der eine Typ da war. Na geh ich mal hier durch. Hä? He? Geh ich mal hier durch. Geh ich mal hier durch. Okay, geht nicht. Dann Aufzug bitte. Oh, nein, will ich nicht mehr runter? Geht's ganz runter? Weiß ich nicht. Ne. Trotzdem, das ist das so. Ähm... Alter, was sehe ich denn hier alles? Ich blenden auf den Augen oder was? Hm, 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 hm. Das waren bestimmt die Kugeln, die wir so am Anfang hatten. Jetzt will ich auch noch wissen, was da in der Kugel ist, alter. Ah, ruf der Dach, Fertigkeit. So, wieder raus aus der Shit. Geht's wieder... ...kurzen... ...zum... Der Löser, wo ist denn der Typ? Hier, ne, ja. Hoffentlich könnt ihr Mundus überzeugen. Diese Trolle sind gefährlich. Ausgezeichnete Arbeit. Es freut mich, dass ihr ihn davon überzeugen konntet, die Angriffe einzustellen. Und dann haben auch noch meine Männer das Ganze überlegt. Leutnant Brutus hat doch sicher eine Belohnung erwähnt, oder? Nun, die habt ihr euch hiermit mehr als verdient. Oh, danke. Oh, geil. Magie, oooh. Den könnt ich nehmen. Was, ich kann noch was nehmen? Boah, wie geil. Und Level Up sind wir gekommen. Lass mal das ausnutzen. Was ist das denn? Waffe 355? Das nehme ich. Ähh, was ist das denn? Wie war das für 3455? Nö. Ähh. Ich zieh die mal an, keine Ahnung warum Weil die Haie zu geil aussieht, ja Ja, die oder die Sind vielleicht, ne Ja, der Helm, der stört mich jetzt auch ein bisschen Das da könnte stört Ah ja, mh, das Nahkampf Was? Wie krieg ich den Nahkampf vor? Ah, ok, so Ach ja, stimmt, stimmt Wertigkeitssteigerungspunkte, was ist denn immer den Sturmangriff? Typischer Angriff Also, was ist das? Regenerieren Annehmen So Nice Outfit und neue Waffen Boah, guck dir das an, Alter Kann ich einen aufschlitzen? Hier vielleicht Hack jetzt nicht auf Gwin herum, Mensch Was denn, ich wollte dich doch nur schlagen Gwins Grüße, Mensch Ok, dann machst du das auch hier Direkt mal Und ja, ich würde mal sagen Ah ja, stimmt Was wir noch vergessen haben Das war ja noch hier, ne Ich bin hier noch Einfach guschen Das kann man dann direkt machen Da wir die vergessen haben Und die Erfahrungspunkte geben Wacht mal Wenn ich da verliere Könnte ich, äh, na da laufen Aber das ist ein bisschen zu weit Oder Ich kann nicht Ach, nichts Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Kann man wieder shaben Wenn der mal auf 400 ist oder so Denn das ist noch eine Armee, ne Aber mein Kreatürchen ist schon fast Oh, shit So, nochmal shaben Boah, liah, liah Adi, bam, bam Ich kann nicht Ich kann nicht Nein, 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 nein Oh, shit Kann ich mich jetzt zum Drachen vorwanderen Da hochgehen Ach so Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln Das gibt's doch nicht Zwecklos Ich muss zu Fuß weiter Ey, was soll denn der Scheiß Ja, endlich Boah ey, so ein Kack Ja, warte mal Es gibt wieder Probleme hier, ne Im Hause Oh, shit Da hinten kommen wir Ja, das nächste Mal Es geht weiter Es geht weiter Äh, ist jemand weg? Oh, ja, beide Bevor Kommt schon an Also Mein Tierchen Mein Tierchen Und mein Ja, Türchen Türchen Aha Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Hey, ich kann nicht Ist da einer runter gefallen? Bei der unten ist keiner Okay Weiter Dann sind noch welche Wie viele sind denn hier noch? Alter, ist voll zählig Oder kommen Sporn überschneiden Nee Auf jeden Fall nicht Es wird einen Hater geben Oh ne, hier hat ich den Trank so bestandet, das war ein Scheiße. Oh ne, hier hat ich den Trank. Damm, 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 weh! Wir haben es nicht mehr. Nein, nein! Damm, damm! Nein, nein, nein! Oh, 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 oh... Eich... Ich muss zu Fuß weiter. Magiker! Quettiker! Jetzt geht's den Eingemachte! Warte, wir müssen doch das an Brot geben! Ah, nein! Ey, die Bastard! Oh, wie macht die Wurst eine Flasche? Ich kann nichts. Noch nichts. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Tja! Quatschiger! Natschiger! Und... Natschiger! Ich mach jetzt noch mal so! Weil das halt so geil ist! Yeah! Hey, du Schmacko! Du Schmacko! Was soll denn das? Mach nichts! Verleg dir mal hier das nächste Mal, wie du es tun hast. Hm, mit dir? Hm, keine Ahnung. Ach, nein! Ja, Spannkomaten! Alter, ich muss noch mal... Ach, nicht! Mein Mana wird knapp! Oh! Scheiss! Die feuern der ganze Zeit! Ja, verfolgen, ne? Geht ja wohl gar nicht! Und diese Verfolgungsdinger! Kartoffeln! Jetzt mal rein! Oh, die haben alle geertogen! Oh Gott! Ich hab' kleinen Pisser, Alter! Ich schwör' dich nicht scheißen, ne? Ich komm' jetzt, Alter! Ich komm' jetzt, Alter! Ich hab' einen Oh! 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 eine verteidigung erwartet sieben mein tierchen und jetzt geht es auf in die schlacht glaube ich das war's dann wohl mit der zauberei ich kann nicht mein mana wird knapp das war einfach mein mana wird knapp da hinten ist noch mehr das gibt es doch nicht oder ist das eine verarsche ich meine so eine verarsche habe ich schon nie gesehen aber dass hier jede zwei meter so so die dinger kommen so was haben wir denn noch die die hier 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 und die 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 Noch nicht. Mein Mana wird knapp. Kotzen. So, es geht weiter.